Hallo bei den Spätzeugtestern. Ich habe zwei Freunde Bücher bekommen und da muss ich noch reinschreiben. Das hatten wir so lange nicht gemacht. Genau, weil wir auf dein Foto gewartet haben, auf das neue. Ja. Und wir zeigen euch jetzt mal, wie wir da reinschreiben. Ja. So, hier ist das erste. Hannas Namen schreibt sie gleich rein. Adresse schreiben wir dann auch gleich rein. Geburtstag? Am 8. November. 2011 bist du geboren. Weißt du dein Sternzeichen? Was ist ein Sternzeichen? Du bist ein Löwe. Löwe. Du bist ein Löwe, weil du im August hier geboren bist. Deine Dunkel. Blond. Augenfarbe. Guck mir, ja? Weißt du die? Braun. Ich sehe das sogar nicht selbst in meinen Augen. Meine Hobbys. Schwimmen. Oh ja, richtig. Reiten. Tanzen. Ja, für mehr ist auch nicht Platz. Lieblingsfarbe? Blau. Lieblingstier? Grün. Grün mag ich auch. Das ist neu. Lieblingstier? Katzen. Meine Lieblingsmusik? Ich sing manchmal nur die erste Strophe von der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Gibt so manche Kleckereien. Schussmehl und Milch macht der ganze Knisch. Eine riesengroße Kleckerei in der Weihnachtsbäckerei. Dein Lieblingsfilm? Bin jetzt. Lieblingsbuch? Und Popito mache ich auch. Ja, das ist eher eine Serie. Ein Lieblingsbuch? Ich habe so viele. Du hast echt viele Bücher. Ich habe so viele Lieblingsbücher. Was liest du denn gerne? Zum Beispiel die Conny-Bücher? Die lese ich fast nie. Ja, jetzt nicht mehr, ne? Früher immer ja. Ich mag gerne die Hühnerbücher. Hä? Ich habe ein kleines Hühnerbuch. Wo ein kleines Küken eine Schale auf dem Kopf und ein Ei hat. Also Hühnerbuch. Ja, das mag ich gern. Ein Hühnerbuch. Was haben denn die anderen geschrieben? Dschungelbuch. Drache Kokosnuss. Sparbuch. Das wünsche ich mir. Urlaub fahren. Das wünsche ich mir. Ja, das wünsche ich mir. In den Urlaub. Mit meinen Katzen. Ja. Das wird, glaube ich, nichts. Hast du das aufgeschrieben? Soll ich da schreiben? Ja. Mit meinen Katzen. Das wünsche ich dir. Ein ferngesteuertes Flugzeug. Dass man lenken kann und das ins Weltall fliegen kann. Das überall hin. Und wo ein Fernrohr dran ist und man immer gucken kann, was alles da ist. So, jetzt gucken wir mal. Hier ist Hanna sogar die Erste, die reinschreiben darf, ob da andere Fragen drin sind. Dein Vorname, das schreibst du gleich selber rein. Handy ist gut. Oh, hier hängt es gar keine. Wie alt bist du? Fünf. Was hattet ihr gemessen? Was hattet ihr gemessen? 1,08 Meter, glaube ich. Dunkelblond. Ja, viele Fragen wiederholen sich. Spitzname? Honey Bunny. Honey Bunny. Hobbys. Schwimmen. Hoppala. Tanzen. Reiten. Reiten. Noch mehr? Hm. Was möchtest du mal werden, wenn du groß bist? Hm. Als Beruf? Das überleg ich mir bald. Das weiß ich noch nicht. Weiß. Ich. Noch. Oh, Mama hat sich verschrieben. Wollah, die wollte wie. Mit Tippex beigehen. Weißt du, was ich immer werden wollte? Nein. Postbote. Ich fand das immer toll, allen Leuten Briefe zu bringen. Lieblingsfarbe. Blau. Jetzt weiß ich, was die Post... Dein Lieblingsessen. Spaghetti. Und Pommes. Jetzt weiß ich, was ich werden will. Postbote. Lieblingsbuch. Das Hühnerbuch. Lieblingslied. Da haben wir wieder das Problem, ne? Über dir, unter dir. Hoffentlich lange nicht mehr das Lied gesungen habe. Nee, weil du nicht mehr hingehst. Ich bin Fan von... Jago, die Nimmerland-Piraten. Und Bucky. Und... Der gehört ja dazu. Captain Hook. Mein Lieblingsfilm haben wir wieder die Minions. Mein Lieblingsfach. Ne, das hast du ja noch nicht. Das ist in der Schule. Mein Lieblingslehrer haben wir auch noch nicht. Das mag ich nicht. Schwarz mag ich nicht. Aber braun mag ich. Und was magst du noch nicht? Wenn jemand mit Sand um mich haut. Und mich schubst. Mit Sand beworfen werden schubsen. Das wünsche ich dir. Viel Gesundheit. Und viel Spaß in deinem Leben. Viel Gesundheit. Viel Spaß in deinem Leben. Und Spaß in deinem Leben. So, dann kannst du hier unten. Steht deine Hanna. Huh. Ich schreibe Hanna. Genau. Da steht... Ne, da steht deine letzte Zeile. Genau. Wow. Das ist voll unbequem. Das ist ein kleiner Stift, ne? Ja. Damit zitter ich so. Ja. Wow. Und das musst du jetzt hier oben auch nochmal bei Vorname auf die erste Zeile. Schreib dir auch gerne Freunde Bücher. Bis zum nächsten Mal. Bei dem Spielzeug, das dann. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr unser letztes Video anschauen. Tschau. Herzlichen Glückwunsch. Ein kräftiger Druck auf den roten Punkt am Hals. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.